Ich stelle euch heute unser High-Performance-Marketing-Konzept vor für den Bereich Internet und gehe mit euch einmal durch, was die Pros und die Kontras sind, warum ihr mit uns in Zukunft arbeiten solltet. Starten wir bei den Pros. Sicherheit und Datenschutz wird bei uns großgeschrieben. Neben einem mehrfach gesicherten Datenzentrum, 99,9% Absicherung bei Hackerangriffen, Einhaltung der DSGVO, hosten wir deine Website auf weltweiten AWS-Servern und somit auf einem der schnellsten und sichersten Servernetzwerken der Welt. Damit es für dich in Zukunft leichter ist, Inhalte selbstständig auszutauschen und zu ergänzen, arbeiten wir mit einem Frontend-Editor, KI-unterstützter Inhaltserstellung und sind dabei keine Open-Source-Lösung wie beispielsweise WordPress. Um es dir gerade auch am Anfang einfacher zu machen, bieten wir dir Video-Tutorials, Coachings als auch intensive Schulungen an, damit du in Zukunft deine Inhalte selbstständig und einfach ergänzen und ändern kannst. Um jetzt die Kontras noch zu hören, kontaktiere uns gerne oder warte einfach auf den nächsten Beitrag. Dein WP-Marketing-Team